Es ist sonnenbeschieben, es ist Mittagszeit, die Thermik müsste da eigentlich so leicht anspringen. Im Winter ist es recht sowieso wenig, aber die dunklen Tannen, all das, das zieht nicht so richtig. Du musst die Chance auf die andere Talseite bauen. Evgen Marusiak. Die tolle Grundtechnik. Komm, fliegt, dann schaffst du's. Super, super, der ist im Bewerb, der ist im Bewerb. Schau schnell nach, ukrainischer Rekord. Sensationell. 205, 205 am Freitag aufgestellt, neuer ukrainischer Rekord. Aber was hat er am Freitag schon gezeigt? So locker, das Männchen hier, das kleine leichte Männchen fährt hier über die Schanze drüber, hat eine super symmetrische Position, einen riesen Gefühl und lässt es einfach fliegen. Schau, wie er sich hier locker macht. Fantastisch, den sehen wir heute nochmal. Klasse, Evgen Marusiak, 210 Meter, jetzt komm. Ja, das meine ich doch auch. Das war klar.